Die Usability eines ELNs ist essentiell für eine angenehme Navigation durch das Laborbuch und die darin festgehaltenen Experimente und Daten. Hierzu gehören beispielsweise eine klare Menüführung sowie eine intuitive Benutzeroberfläche. In LabFolder ist das Menü in drei übergeordnete Punkte eingeteilt. Notebook, Manage und Dashboard. Das Dashboard gibt dem Nutzer einen Überblick über die verschiedenen Interaktionen, die es mit Teammitgliedern gibt. So gibt es ein Feld, in dem erhaltene Nachrichten angezeigt werden, sowie eine Übersicht über alle erhaltenen Kommentare zu Projekten. Außerdem gibt es eine To-Do-Liste, in der Nutzende selbst Punkte festhalten können, die noch zu erledigen sind. Eine ähnliche Dashboard-Funktion sind die Tasks. Hier ist der Unterschied, dass diese Tasks je nach Bedarf anderen Teammitgliedern zugewiesen werden können. Wird einem Nutzenden ein Task zugewiesen, erscheint dieser dann im entsprechenden Feld im Dashboard mit Informationen wie dem Ersteller des Tasks, dem Status und dem Datum. Das Dashboard beinhaltet außerdem offene Anfragen zum Gegenzeichnen von signierten Projekten und Projekteinträgen. Unter dem Menüpunkt Manage hat man Zugriff auf allgemeine Verwaltungsfunktionen. Von hier aus kann man Projekte, Templates und Gruppen verwalten. Außerdem kann man die bereits erstellten Exporte von Projekten einsehen und herunterladen. Der Unterpunkt Apps erlaubt es Ihnen verschiedene Funktionen und Schnittstellen zu aktivieren oder zu deaktivieren. Sie können hier beispielsweise die Felder im Dashboard anpassen und Plugins wie Dropbox und Figshare aktivieren. Der Menüpunkt Notebook bringt Sie zur Hauptarbeitsfläche von LabFolder. Hier können Sie Ihre erstellten Projekte anzeigen und darin arbeiten. Mit dem Button Add am oberen linken Rand können Sie ein neues Projekt erstellen und der Filter erlaubt es Ihnen entweder ein einzelnes oder mehrere Projekte zeitgleich anzuzeigen. Außerdem können Sie über das Kachelsymbol in der linken oberen Ecke zu LabRegister und zu LabOperator wechseln. LabRegister ist das Inventarsystem von LabForward und wird zu einem späteren Zeitpunkt in dieser Videoreihe genauer behandelt werden. LabOperator hingegen ist ein System, mit dem sich ein Netzwerk von Laborequipment anlegen und steuern lässt. Da dieses Produkt allerdings nicht Teil der kostenfreien Version von LabFolder ist, wird dieses Angebot in dieser Videoreihe nicht behandelt werden. Das Menü von eLabFTW ist in die Menüpunkte Experiments, Database, Team, Search und Documentation aufgeteilt. Unter dem Menüpunkt Experiments finden Sie alle von Ihrem Team erstellten Projekte. Diese werden mit dem Titel, den zugewiesenen Tags und weiteren Informationen wie Status und Datum dargestellt. Diese Liste lässt sich durch verschiedene Filter und Suchfunktionen durchsuchen. Mit der Schaltfläche Create können Sie ein neues Experiment erstellen. Dabei besteht auch die Möglichkeit, ein selbst erstelltes Template zu nutzen. In der Database werden alle angelegten Items angezeigt. Sie können für die Items verschiedene Typen erstellen und somit sowohl Inventar wie Geräte und Maschinen erstellen, aber auch Substanzen oder Proben, mit denen gearbeitet wird. Auch hier bestehen die gleichen Filter und Suchoptionen, sowie die Möglichkeit, ein neues Item zu erstellen. Unter dem Punkt Teams gibt es einen Kalender, mit dem die Nutzung von Equipment eingetragen werden kann, sowie einen Überblick und Informationen über die Teammitglieder und die vom Team erstellten Templates. Außerdem kann von hier direkt eine E-Mail an alle Teammitglieder gesendet werden. Ein weiterer Menüpunkt ist die Suche. Diese ist recht umfangreich und hilft dabei, die erstellten Experimente und Items zu durchsuchen. Mit dem letzten Menüpunkt können Sie die Dokumentation von eLab FTW aufrufen. Diese ist ein umfangreicher Guide der Themen wie Installation, Nutzung und andere hilfreiche Informationen zu eLab FTW beinhaltet.